Seid auch heute wieder ganz herzlich willkommen zu neuen Zuversicht Gedanken aus Karlsruhe Knelingen. Schön, dass ihr dabei seid. In dreieinhalb Wochen ist Ostern. Wie bereitet man sich eigentlich auf Ostern vor? Und wie hängt es mit der Zeit zusammen, die wir jetzt gerade erleben? Die Fastenzeit oder wie es kirchlich eigentlich korrekt heißt, die Passionszeit. Laut Wikipedia ist Ostern das wichtigste Fest der Christen. Ich glaube, im Lebensgefühl der meisten Menschen bei uns ist es nicht mehr so. Klar, da ist Freude über ein ausgesprochen langes Wochenende. Viele fahren weg, die langen Staus auf den Autobahnen zeugen davon. Aber ansonsten ist es wohl eher so, dass wir in Ostern irgendwie reinstolpern und darauf hoffen, dass es endlich mal so richtig Frühling wird. Dieses Jahr soll es bei uns anders sein. Als eine von knapp 500 Gemeinden machen wir mit bei Ostern neu erleben. Dieses Buch ist sozusagen das sichtbare und greifbare Symbol dafür. Die Idee dahinter ist, wir machen uns auf die Suche nach dem Ursprung von Ostern. Wir wollen zur Osterfreude zurückfinden, Ostern neu erleben. In unseren Gottesdiensten soll davon was vorkommen. Auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr bis Ostern jeden Tag einen Impuls aus diesem Buch anhören und so mit dabei sein. Und auch die Zuversichtgedanken der nächsten Wochen beschäftigen sich mit Ostern neu erleben. Der Impuls heute steht unter dem Thema die Suche. Es ist mir selbst, glaube ich, erst jetzt so richtig bewusst geworden, dass Ostern ganz viel mit Suchen zu tun hat. Das fängt schon damit an, dass der Osterhase die Eier und die sonstigen Geschenke versteckt und man sie dann suchen muss. Aber auch ganz ernsthaft. Der Engel am Grab des Auferstandenen sagt zu den Jüngern, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der ist nicht hier, der ist auferstanden. Und die Jünger selber suchen gerade rund um Ostern nach dem Sinn, nach dem Sinn des Leidens und Sterbens von Jesus, nach der Hoffnung, die da sein soll, suchen. Das scheint ein Lebensthema von uns Menschen zu sein. Ziemlich unangenehm im Alltag, wenn du mal wieder Schlüssel, Geldbeutel oder Handy verlegt hast und das verzweifelt suchst. Ich kriege da immer so ein bisschen Panik und bin froh, dass es bei mir nicht allzu oft passiert. Aber suchen ist auch ein Lebensthema von uns, weil wir ja auf der Suche sind nach Tieferem, nach Sinn, nach Glück, nach Erfüllung, nach Liebe. Jesus hat schon zu Lebzeiten immer wieder vom Suchen und vom Finden gesprochen. Suchet, so werdet ihr finden, das ist ja bei uns ein geflügeltes Wort geworden. Bei Jesus ist es nicht die Suche nach dem Geldbeutel oder dem Handy. Bei ihm geht es tiefer. Bei ihm geht es darum, die Verbindung zu Gott zu finden. Vertrauensvoll ins Gespräch zu kommen mit diesem Gott, der ja oft so weit weg, so unnahbar zu sein scheint. Und ich kann mit meinem kleinen Verstand ja absolut nicht erfassen, dass ich da wichtig sein sollte für ihn, dass er sich für mich interessiert. Jesus gebraucht im Zusammenhang mit diesem Suche, so werdet ihr finden, ein Beispiel. Das Beispiel von Eltern, ganz normalen Eltern. Und er sagt, Eltern sind nicht perfekt. Und doch versuchen sie ihren Kindern so viel an Gutem mitzugeben, wie nur irgend geht. Und Jesus sagt nun, wenn selbst ihr, die ihr nicht perfekt seid und so vieles falsch macht, nicht nur in der Erziehung, wenn schon ihr euren Kindern möglichst viel Gutes geben wollt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Gott ist also nicht der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt und sich dann über unsere verzweifelte Suche amüsiert. Im Gegenteil, er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir finden. Sinn, Erfüllung, Glück, Liebe, dass wir ihn finden. Schon im Alten Testament lässt Gott uns das durch den Propheten Jeremia sagen. Wenn er mich sucht, dann werdet ihr finden. Wenn er mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Spricht der Herr, heißt es da. Ihr könnt es nachlesen in Jeremia 29, die Verse 13 und 14. Ich will mich von euch finden lassen. Das ist Gottes Versprechen. Und in Jesus hat er einen Riesenschritt in diese Richtung gemacht. Ja, er steht eben nicht sozusagen unbeteiligt am Spielfeldrand und guckt zu, wie wir uns abstrampeln in unserer Suche. Im Gegenteil, er macht sich selber auf die Suche nach uns. Das hat Jesus gepredigt und gelebt. Denkt nur dran, wie er gerade. Auf die zugegangen ist, die am Rand der Gesellschaft waren. Verachtet, oft verzweifelt. Und er denkt an das Gleichnis von den 100 Schafen, wo eins verloren geht. Und der Hirte hört nicht auf zu suchen, bis er es gefunden hat. So ist Gott. So ist Jesus. Die Frage ist allerdings, wo suchen wir Sinn, Sinn, Erfüllung, Glück, Zufriedenheit, Liebe. Manchmal denke ich, wir sind so ein bisschen wie Kinder. Wenn wir auf unserer Suche nach dem Ostergeschenk nicht gleich fündig werden, dann geben wir schnell auf und sind höchstens noch neidisch auf die, die schon den Osterhasen gefunden haben. Wir hören einfach auf mit suchen. Nicht umsonst redet Gott davon, dass wir von ganzem Herzen suchen sollen. Und Jesus gebraucht in seinen Gleichnissen immer wieder Bilder von Menschen, die sozusagen alles auf eine Karte setzen, um die Beziehung zu Gott und zu seinem Reich zu finden. Eben weil Gott, der uns ja gewollt hat und geschaffen hat, weil er weiß, im tiefsten finden wir Erfüllung, Sinn, Glück, Liebe, Zufriedenheit eben nur in der Verbindung mit ihm. Es steckt also eine Aufforderung in dieser Ostersuche. Bleib dran bei deinem Suchen. Gott ist da. Er zeigt sich sogar. Er winkt, er ruft, er lädt ein. Sogar einem Skeptiker wie dem Jünger Thomas, der in der ersten Runde die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus verpasst hat und der eben doch die Sehnsucht in sich trägt, es zu erleben, begegnet Jesus und geht ihm nach. Das ist sein Versprechen. Wo du dich auf die Suche nach ihm machst, da lässt er sich finden. Und in ihm findest du alles. Sinn, Erfüllung, Glück, Liebe, Zufriedenheit. Bleib behütet und im Frieden Gottes. Bis zu neuen Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber.